Es war der 31. Flug einer wiederverwendbaren Raumfähre. Für dieses Jahr sind noch zwei, für 1990 weitere, neun Shuttle-Unternehmen geplant. Im Süden von Chile ist heute die Hamburger Meeresbiologin Ingeborg Bredmeier, die seit zwölf Tagen vermisst wurde, lebend gefunden worden. Sie wurde mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus von Pucon gebracht. Die Frau hatte mit Kollegen im Gebiet des Vulkans Villarica Urlaub gemacht. Bei einem Ausflug ohne Begleitung war sie in dem Unwägen.